Ja, guten Abend, liebes Publikum, Gäste des SUB. Ich begrüße Sie, Euch recht herzlich zur Veranstaltung über die queere Szene, über die schwule Szene und die Zukunft der Szene. Wir haben drei Gäste heute hier. Ich freue mich sehr, Thomas Niederbühl begrüßen zu dürfen, den Stadtrat in München, der Rosa Liste. Herzlich willkommen, Thomas. Beppo Brehm, auch Stadtrat der Grünen. Ganz herzlich willkommen, lieber Beppo. Und ich freue mich auch sehr auf Markus Appel, Landesvorstand des Schwulen-Lesben-Verbandes Deutschlands. Herzlich willkommen, lieber Markus. Es ist eine traurige Nachricht, aber die Rita Bratz war angekündigt als vierte Diskussionsteilnehmerin. Leider hat sie kurzfristig absagen müssen wegen Krankheit. So fehlt ein wichtiger Diskussionspunkt. Eine lesbische Frau, das tut mir sehr leid. Und aufgrund der kurzfristigen Absage konnte ich leider keinen Ersatz mehr so kurzfristig einladen. Ja, wir leben in einer sehr bewegten Zeit. Ich habe vorher nachgerechnet, 1998 rum gab es in München 48 schwule Kneipen und lokale Diskotheken. Heute sind es hochgerechnet zehn. Es hat sich unglaublich viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Kann man sagen, vor allem in den letzten zehn Jahren nochmal genauer. Ihr seid natürlich Menschen, die seit vielen Jahren die Szene kennen, für die Szene sich eingesetzt haben und sehr viel bewirkt. Wir haben hier eine Generation, wir haben Markus mit dir eine andere Generation, eine junge Generation. Wie kann man jetzt so diese Veränderung, ich habe es jetzt an der Anzahl der Lokale, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wir alle wissen natürlich auch so die Hintergründe, warum sind die Lokale nicht mehr da. Es hat was mit Internet-Dating zu tun, es hat was mit dem Ausgeberhalten zu tun, aber es ist eher so die Spitze des Eisbergs, warum sich die Szene da so in dieser Hinsicht verändert. Die unterschwelligen Veränderungen sind unterschiedlichster Art, zum Teil positiv, zum Teil aber auch negativ. Was wir gerade im Moment so spüren und wahrnehmen, Wahlergebnisse, politische Veränderungen, auch gesellschaftliche Veränderungen, Widerstände. Thomas, wie siehst du das im Moment, was macht es mit dir? Also mit mir macht es gar nichts. Ich meine, dass sich ständig was verändert, das kenne ich ja seit 40 Jahren fast, und dass ich da ja auch mit beteiligt bin, was zu verändern. Ich finde es auch ein bisschen ungerecht. Wir hatten mal 40 Kneipen unterschiedlichster Art, mussten zum Teil versteckt leben und so weiter. Das ist ja nicht nur sozusagen ein Negativkriterium, sondern wir sind auch in anderen Lokalen willkommen und so weiter. Mir persönlich geht es ja darum immer, was wir jetzt für unsere eigene Szene selber wollen und was wir dann umsetzen. Ich meine, dass wir jetzt wirklich hier dieses Bermuda-Dreieck haben mit dem sehr gestärkten, jetzt nochmal gestärkten Sub mit Letra und dem Letz und Diversity und vielleicht in Zukunft dann auch nochmal ein Trans-Zentrum, wie auch immer, Arbeitstitel, sage ich mal. Das zeigt ja, dass es sich doch vieles positiv bewirkt. Ich glaube, was mich am meisten, wenn du mich fragst, was mich am meisten beschäftigt, dann ist es die Frage, dass wir uns als Community nicht spalten lassen. Also das ist ja jetzt sehr stark, finde ich, in diesem Thema sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität, gehören wir zusammen und so weiter. Also da sind ja viele Versuche der Abgrenzung und des Ausschlusses. Das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich. Das ist eher der Blick nach innen und von außen ganz klar, natürlich, die Rechten und die AfD. Ich meine, das ist klar, was für Feindbilder wir Schwule sind vielleicht nicht gerade als erste Zielscheibe. Viel leichter ist es eben mit den Trans-Menschen. Und da sind sie ja ganz eifrig bis hin zu so Kleinigkeiten. Ich meine, wir waren heute jetzt die Vollversammlung im Stadtrat. Ja, da lehnt die AfD immer irgendwelche, ich sage mal, banale Beschlüsse ab, weil der Text mit dem Gendersternchen formuliert ist. Ich meine, da kann man ja nur noch gähnen, was das soll. Aber daran merkt man, dass halt immer wieder versucht wird, da was zu tun. Ja, soweit vielleicht mal. Beppo, wie ist dein momentanes Empfinden bezüglich der Entwicklungen? Also ich sehe das schon sehr ähnlich wie der Thomas. Ja, also die Veränderungen, die wir so in der Community selber haben. Ich habe es vorhin gerade erzählt. Ich kenne ja noch die Zeit, wo die Lokale total verdunkelt waren, also wo man noch geklingelt hat und dann ging so ein Verschlag auf. Da wurde man erst mal gecheckt und dann reingelassen. Ja, und dann, was war das für ein großer Erfolg, als es zum Beispiel dann so etwas wie das Vilanis gab, ja, wo man reingucken konnte und tagsüber hingehen konnte. Ja, das war ja schon eine kleine Sensation. Dann gab es noch das Moritz, das war der nächste Meilenstein, wo man mit der besten Freundin oder den Arbeitskolleginnen hingehen konnte und Kollegen. Also das war immer schon so. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir schon auch, also du hast es ja richtig gesagt, Thomas, es ist natürlich schön und ein großer Erfolg, dass sich das sehr geöffnet hat und dass es eine wirklich in München jedenfalls sehr hohe Toleranz gibt, wo man gemeinsam in Lokale gehen kann, ohne sich verstecken zu müssen. Aber was ich schon glaube, was es geben muss, und dafür sind dann diese Lokale schon wichtig, dass es auch noch Schutzräume gibt. Also da, wo man einfach alleine hingeht, ja, also wo man dann ganz sicher ist, dass wenn man jemanden anflirtet, ich sage es mal so konkret, ja, dass man nicht eins auf die Nase wegkommt, weil man sich halt zufällig da vertan hat in der Zuordnung, ja, also ich meine jetzt in der sexuellen Neigungszuordnung, ja, nicht im Geschmack. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, wichtig, dass man Schutzräume hat, wo man einfach unter sich sein kann. Das sehe ich in München schon garantiert. Und ansonsten sehe ich diese Gefahren. Also was mich wirklich auch umtreibt, ist, das ist aber schon sehr lange so. Also ich kann mich noch erinnern, als wir die Eurogames 2004 gemacht haben, war es wirklich strikt, also das ist schon 20 Jahre her, aber da war es strikt, das getrennt. Schwule, Lesben, das waren einfach zwei verschiedene Welten. Da hat sich viel getan in dieser Zeit, auch durch diese gemeinsame Veranstaltung. Trans gab es gar nicht genau genommen, ja, da hatten wir dann auch plötzlich Transmenschen, die gesagt haben, dürfen wir bei euch mitmachen. Also da können solche Projekte und solche Veranstaltungen, solche gemeinsamen Dinge, können schon viel bewegen. Aber auch damals war schon dieses Thema der eigenen internen Spaltung oder sich gegenseitig irgendwie nicht tolerieren. Und man kann nicht nach außen Respekt und Toleranz verlangen, wenn man selber dann irgendwie andere Kriterien, alt, dick, was weiß ich alles, ja, Trans, sonst irgendwas, einfach nicht akzeptieren mag oder sozusagen nicht irgendwie einen Weg findet, wie man dann eine gemeinsame Community hat. Also dieses Segmentieren haben wir ja auch in der München, haben wir ja auch in unserer queeren Community und das finde ich immer eine große Gefahr, weil die Gefahr von außen, also ich sehe das schon, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und habe nicht immer so die Angst, es könnte alles irgendwie kaputt gehen, aber das muss man einfach ernst nehmen, dass eine AfD und auch ein Aiwanger, dass die einfach auch so viel Macht haben, selbst wenn sie nicht immer ganz konkret uns angreifen, aber die Agenda setzen sie in vielen Bereichen halt doch und das ist, glaube ich, was, wo wir echt aufpassen müssen, auch der Aktionsplan, aber du wirst sicher, du was dazu sagen. Vielen Dank, Repo. Woher kommt diese Angst, die du gerade angesprochen hast, woher kommt dieser Zulauf, dass man die Menschen gerade da abholen kann, wenn man jetzt so ins rechte Spektrum eher geht oder so in der Mitte, das muss ja gar nicht ganz recht sein, aber da fängt es halt, also sehr extrem, woher kommen diese Tendenzen jetzt wieder so, dass Leute da anfällig sind, auf den Leim zu gehen? Markus vielleicht? Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob die Angst sich tatsächlich verändert hat, aber sie wird eben stärker instrumentalisiert, also sozusagen ein Nährboden, der da eh ist, der wird jetzt, ich meine, wenn Leute sich wirklich von kleinen, kleinen Dingen, wie das jetzt was gegendert wird, was ihr Leben überhaupt nicht betrifft im Prinzip, wenn sie es nicht wollen, sollen sie es halt lassen, ja, und das wird eben, wenn es immer wieder instrumentalisiert wird von rechts, dann greift es natürlich auch, also da, wo man früher jemanden in die Ecke gestellt hätte, dass er immer noch irgendwie homophobe Ansichten hat, ja, wird es halt gesellschaftsfähiger. Ich meine, dieser Drang von rechts in die Mitte, das ist eben, glaube ich, das große Problem. Ich meine, dass es schon immer Rechte gab, ist klar, und sobald die irgendwie in Mandate sind, wird es schwierig, weil sie ja keine Lösungen haben. Also ich meine, Politik besteht ja wirklich Ideen umzusetzen, Kompromisse einzugehen und sowas, eben, das funktioniert ja, also ich habe einige, vor mir waren die Republikaner, und da kam es dann der Bund freier Bürger und dann die AfD und der Richter und mei, eben, aber es greift halt immer. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, erstens mal immer wieder Solidarität zu zeigen, also jeder Angriff auf eine Transperson ist auch ein Angriff auf mein Leben und meine Szene, und es ist nicht so, dass mich das nichts angeht. Das finde ich eben ganz wichtig. Und der Queerbegriff macht es manchmal auch ein bisschen schwierig, finde ich, weil auf der einen Seite finde ich es super, dass unsere Szene sich so differenziert hat, also mit dem LGBTIQ, ja, ist ja toll. Auf der anderen Seite geht es ja immer darum, auch zu zeigen, wir sind eine Community und eine Szene. Da ist der Queerbegriff als Überbegriff natürlich schon ganz gut, aber manchmal löst er tatsächlich die einzelnen Identitäten auch auf, also wo man sich dann fragt, kommt Schwulen noch vor, ja, ist das nicht alles 20. Jahrhundert, geht es jetzt nicht nur noch um Trans in der Öffentlichkeit, ja, und so weiter. Und das muss man natürlich auch mit berücksichtigen, also das finde ich schon, also da haben wir so ein zweischneidiges Schwert, wie gehen wir selber mit uns und mit der Community um und wie ist das gegen rechts. Ich glaube wirklich, dass man halt sieht, dass das Instrumentalisieren funktioniert, das sieht man in Amerika eben mit Florida, mit diesen Büchern aus Bibliotheken, aus Schulbibliotheken und so weiter und dass man es hier halt auch immer wieder versucht. Auch heute hatten wir wieder einen Dringlichkeitsantrag von der AfD, der Stadtrat Mögel, die geplante Drag-Queen-Lesung in Mosach im Dezember verbieten, wegen Frühsexualisierung und so weiter. Ich meine, es ist klar, null Chance, dass da irgendjemand zustimmt, aber eine gewisse Öffentlichkeit und immer wieder, also ich meine, der Tropfen höhlt den Stein und das macht es eben dann auch so schwierig. Wir hatten ja genau vor einem Jahr hier die Diskussionsveranstaltung über HIV, AIDS, die Geschichte von AIDS, eben auch im Zusammenhang mit dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Und da haben wir auch uns unterhalten, wie war das in den 80er Jahren. Und da wurde eben auch erwähnt in dem Zusammenhang, dass eben viele schwule Männer, die damals HIV-positiv waren, auch zur Zielscheibe wurden eben von Aggressionen und in Schuldgefühle aufgeladen wurden, sei es jetzt aus religiösen Gründen oder gesellschaftlichen Gründen. Man hat sie als Buhmann dargestellt. Das funktioniert ja jetzt nicht mehr so einfach. Dieser Fokus jetzt ist eigentlich weg. Jetzt kommen andere Gründe nach. Diese Diskriminierung, Stigmatisierung, die da sehr stark stattgefunden hatte, ist zwar immer noch da, aber nicht mehr so offen. Das Thema HIV-AIDS ist nicht mehr so in der Öffentlichkeit, leider auch auf der anderen Seite, oder auf der anderen Seite wieder Gott sei Dank. Natürlich von der Präventionsseite her gesehen, wäre es natürlich gut, wenn es noch in aller Munde wäre, aber es ist leider nicht mehr so. Von der medizinischen Seite, die gute Behandelbarkeit ist ein ganz großes Glück, das wir haben. Aber dieser Punkt fällt ja jetzt weg, so als Buhmann, den schwulen Mann darzustellen, der dann HIV verbreitet. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und zumindest nicht mehr so offensichtlich. Und jetzt die Frage. Wir haben ja verschiedene Wegmarken erreicht. Wir haben den 175er Paragrafen, der dann 1969 auch im Zuge der Liberalisierung, der in 68er Bewegung abgeschafft wurde. Dann kamen die Restparagrafen, da noch Anfang der 90er Jahre, wo dann das Alter angeglichen wurde, auf 16. All das hatte dann so einen kleinen Höhepunkt gehabt in der Ehe für alle, 2017. Diese ganzen Errungenschaften, wenn man so will, wurden auch durch Menschen wie ihr, die ihr dafür eingetreten seid, die ihr auch auf der Straße wart, erreicht. Parteien wurden gegründet. Rosaliste war in den 90er Jahren eine große Sensation, als ihr in den Stadtrat kam. Und jetzt, du bist ja auch in der Lage, wo du jetzt sagst, naja, kandidiere ich überhaupt noch mal? Oder ja, du wirst wahrscheinlich nicht mehr kandidieren. Hat diese Entwicklung jetzt, die damals so notwendig war und so wichtig, wo du ja auch ein Gesicht dafür bist, ist die, ja, das darf man ruhig so sagen, ja. Was kommt danach? Brauchen wir die überhaupt noch dann, die Rosaliste? Oder kommen jetzt die Parteien so aus der Mitte, aus der Deckung und sagen, naja, unsere Politiker sind auch schon offen schwul. Wie geht es jetzt da weiter politisch, der politische Support für LGBTIQ? Aber ich meine, das, was du beschreibst, das zeigt ja nur, wir hatten riesige Erfolge. Das heißt aber nicht, dass sich alles geklärt hat. Wir haben ja so eine Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem. Ich meine, natürlich HIV ist nicht mehr das große Thema, ist auch bedauerlich auf der einen Seite, auf der einen Seite natürlich auch erfreulich. Natürlich schwule Männer, die sozusagen Kaposchi im Gesicht und abgemagert waren und eine Beerdigung nach der anderen, klar war es viel mehr in der Öffentlichkeit. Also sind wir froh, dass die medizinische Entwicklung ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Diskriminierung für den oder die einzelne Infizierte besser geworden sei. Und das finde ich ja das Schlimme, dass man jetzt nicht mehr so offensichtlich kämpfen kann, sondern man muss jetzt wirklich sehr differenziert sich anschauen. Ich meine, dass gerade im medizinischen Bereich die Diskriminierung so groß ist. Das ist wirklich schwierig. Auf der politischen Ebene, klar, nachdem man klare Feinde hatte, klare Ziele weg, 175 und so weiter, die Paarbeziehungen anerkennen und so, dem ist es jetzt nicht mehr so plakativ. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es weitergeht. Und ich glaube, das ist nicht eine Frage an mich, sondern es ist eine Frage eigentlich an die Community. Die wollen wir weiterhin eine politische Vertretung im Rathaus haben, weil wir damit viel sichtbarer sind, viel mehr erreichen können. Natürlich ist es toll, dass jetzt in fast allen Fraktionen auch queere Stadträte, wir sind ja jetzt zu 18 Prozent, das ist doch wunderbar, ja. Nur als Koalitionspartner zu sagen, okay, auch ich kann politisch gestalten. Ich meine, dass es jetzt möglich war, dass das Sub nochmal eine Stelle für das Zentrum kriegt, dass die Geflüchtetenberatung für Letra ausgeweitet wird und so weiter. Das war ja nur möglich, obwohl die Haushaltsdebatte ganz, ganz schwierig ist, weil man eigenständig auftritt, ja. Und wir haben uns immer, Rosaliste, als Vertretung der Community verstanden und es ist klar, ich bin mit 2026 bei der nächsten Wahl, bin ich 65. Da habe ich es 30 Jahre gemacht und habe es gut gemacht und jetzt sollen andere schauen, wie sie das hinkriegen. Aber das wird halt wirklich an der Community liegen, wie sie das dann tatsächlich will, ja. Dass es notwendig ist, davon bin ich überzeugt. Bei allen Fortschritten, man ist sichtbarer, man kann mehr erreichen, man ist auch wirklich anerkannt. Wir haben ja irgendwie gute Grundlagen geschaffen, dass es gut weitergeht, weil das wäre ja jetzt eigentlich die Überleitung jetzt zum Aktionsplan. Wie ist es denn mit dem Freistaat? Und da, finde ich, sieht es eben beschissen aus, nach meiner Meinung, aber dazu kannst du ja da. Vielen Dank, Thomas. Markus, du als junger Mann hier in der Runde, du siehst ja auch, was schon geschehen ist, ja. Wie blickst du da so ein bisschen zurück? Ist dir das so bewusst auch, dass da viel erreicht wurde? Und wo siehst gerade du jetzt die Punkte, wo du sagst, ja, da geht es jetzt eigentlich erst los oder da geht es jetzt weiter? Was würdest du da sehen im Moment als erste Dringlichkeit? Es ist interessant, dass du das fragst. Mir schießen gerade sehr viele Gedanken durch den Kopf, durch das, was gerade schon gesagt wurde. Aber um es vielleicht zu fokussieren, ich finde das diesjährige Motto des Welt-Aids-Tags genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, nämlich Let Communities Lead. Und das ist etwas, was ich sehr vermisse in Bayern, im Gegensatz zu vielleicht München, wo es natürlich die entsprechenden Vertretungen gibt, beispielsweise eben durch die rosa Liste. Aber ganz oft ist es so, dass die betroffenen Communities nicht in der Lage sind, durch Ressourcen, durch Einbindung, Beteiligungsmöglichkeiten, demokratische Beteiligung auch, tatsächlich auch Lösungen mitzuprägen. Und ich glaube, das ist etwas, das erstrebenswert ist, das ein Ziel sein muss und das gerade in einer Zeit, du hast vorhin gefragt, wie kann es sein, dass sich der Hass irgendwie so fortsetzt, aber vielleicht in einer anderen Form. In einer Zeit, in der sich alles kapitalisiert, ist es nochmal besonders wichtig, das ist vielleicht eine Entwicklung, die vielen nicht gefällt, aber auch der Hass hat sich sehr viel stärker kapitalisiert die letzten Jahre. Es gibt mittlerweile Merch-Shops online von Hassgruppen, Anti-LGBTIQ-Hassgruppen, die Hoodies verkaufen und Strickmützen, wo entsprechende Symbolik, Anti-Trans-Symbolik drauf ist und das als so eine Art Modestatement gesehen wird. Und das gab es vielleicht eben so vor 50 Jahren nicht, auch wenn es schon damals dieselben verschwörungstheoretischen und falschen Erzählungen gab. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Frage von Ressourcenverteilung ganz, ganz wichtig ist und eben auch, dass wir nicht vergessen, dass, man sagt das vielleicht immer so dahin, aber dieser Leitsatz, dass gemeinsam ist man stärker, dass das eben auch eine Form braucht. Also, dass es auch diese organisierte Form von Zusammenarbeiten, an Lösungen arbeiten, sich austauschen und verschiedene Perspektiven berücksichtigen braucht. Das passiert nicht zu Hause alleine auf dem Sofa und das passiert eben auch nicht in elitären Einheitsbrei-Gruppen im Hinterzimmer. Zum Glück nicht mehr. Vielen Dank, Markus. Diese Differenzierung, von der du auch gerade gesprochen hast, führt natürlich aber auch dazu, dass Mittel und Ressourcen verteilt werden müssen, anders aufgeteilt. Und da gibt es sicherlich andere Verteilungskämpfe dann auch als früher, weil mehr Gruppen daran partizipieren wollen. Wir merken das ja auch in den Institutionen. Früher war zum Beispiel das SUB eine Coming-out-Gruppe und es war Prävention da und es waren halt diese Basics, wenn man so will, da. Jetzt hat es sich natürlich wunderbarerweise differenziert. Wir haben die Strong-Stelle, wir haben das Refugee-Counseling, alles wichtige Stellen, die Menschen helfen. Aber es wird damit natürlich mehr ausdifferenziert. Es wird, so wie auch Thomas vorher gesagt hat, es geht jetzt nicht nur um die eine Sache, sondern es geht um viele Projekte. Es geht um viele Anliegen, die verwirklicht werden wollen. Und da geht es natürlich auch an Verteilung von Ressourcen, die ja momentan auch wieder knapper werden. Gibt es da irgendwie ein Rezept, ich weiß, Rezept klingt immer so einfach, aber gibt es da Strategien, die man anwenden könnte, Beppo, wo man da schon vorhersieht, wie geht es weiter mit der Entwicklung? Wird da immer genug da sein? Muss man sich da bestimmte Verhandlungsmöglichkeiten ausdenken, Szenarien? Ist es schwieriger geworden heute, wo man sagt, es ist ja schon viel erreicht? Oder auf der anderen Seite, ist die Gesellschaft offener, das auch mitzutragen, mitzufinanzieren? Gerne. Kommst du auch noch dran? Ich meine, erstens, wir haben keine Verteilungskämpfe in München. Ich kann jetzt erst mal nur für München sprechen. Ich meinte auch allgemein. Ja, ja, aber ich glaube, man muss das ja immer ein bisschen konkretisieren. Für München kann man sagen, durch Rosaliste, die letzten 25 Jahre oder länger, haben wir es geschafft, so eine Machtposition, die man einfach braucht, wenn politische Budgets verteilt werden, zu haben, damit wir, dass wir wirklich hier eine breite Infrastruktur aufgebaut haben. Ich meine, seit diesem Jahr haben wir dann auch noch diesen queeren Fonds, also Fonds zur queeren Gleichstellung. Das heißt, wir könnten jedes Jahr neu bis zu 400.000 Euro für temporäre Projekte ausgeben. Ich meine, das haben andere Gruppierungen nicht. Das finde ich alles prima. Also das muss man sich erhalten. Und da können wir in München eigentlich ganz stolz sein. Ich bin es ja auch. Die Frage ist, der Blick in Bayern, jetzt im Freistaat, ja, also wenn ich mir überlege, dass wir, 96 kam ich ins Rathaus, der Herr Bonathit als Bürgermeister hat, glaube ich, 97 oder 98 einen runden Tisch einberufen mit allen Vertretern der Szene. Wir haben gesammelt, was jetzt sozusagen der Maßnahmenkatalog für den Freistaat ist, was wir in München denn wollen und brauchen. Wir haben eine Forderung war eben, dass wir eine Verwaltungsstelle brauchen, die das Gewährschutzthema vorantreibt, haben seit 2002 die Koordinierungsstelle zur Gleichstellung von LGBTIQ. Was Besseres geht ja gar nicht, dass wir sozusagen da auf allen Ebenen, der Freistaat kommt seit zwei Jahren oder ist es länger, dass er überhaupt mal was fördert und trägt es dann aber gleich wie das große Schild vor sich her, dass sie jetzt auch mal was fördern, ja, den Aktionsplan, ich war ja auch mit dabei, wie er übergeben wurde an die Ministerin Schaaf, ja, na klar, sagt sie das, was alle Politiker sagen, ich bin gern bei euch, ich nehme es gerne mit, ich werde es in den Prozess mit einbringen. Ich glaube, wir müssen da absolut vorsichtig sein, der Freistaat hat bis jetzt nichts gefördert wirklich, ja, es gibt keine breite Unterstützung im Land, wo man dann eben diese Infrastruktur überhaupt erstmal und die Ressourcen so dann wirklich fördert. Ja, da gibt es keine Verteilungskämpfe, weil es gibt ja gar nichts, ja, und da müsste man dem Freistaat sagen, es geht nur mit uns als Community. Es reicht nicht, wenn ein oder zwei Vertreter zu irgendwelchen Treffen kommen oder ein Koalitionsvertrag, der statt dem Aktionsplan, den wir jetzt lang genug in ganz Bayern auf den CSDs gefordert haben, sagt, okay, wir machen eine Agenda der Vielfalt, weil in München, in Bayern soll ja jeder irgendwie leben können, wie er will. Aber das Selbstbestimmungsgesetz lehnen wir ab, ja, also das ist ja völlig unkonkret, bis was, wann will man denn was erarbeiten, wie viel Geld will man da reinstecken und so. Und in dem Moment, wo wir da teilnehmen, geben wir gleich irgendwie ein Feigenblatt. Also das finde ich wirklich ganz schwierig. Ich meine, Markus, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie du das hinkriegst, weil ich meine, genau du personifizierst ja jetzt sozusagen diese Ambivalenz. Und die finde ich wirklich auch ganz schwierig. Also ich kann nur von außen so als Warner auftreten, lasst euch bloß nicht instrumentalisieren. Das finde ich wirklich schwierig. Bevor ich das Mikro weitergebe, wenn ich es schon mal in der Hand habe, ich wollte noch mal was sagen, weil der Thomas das vorhin nur so vorsichtig angesprochen hat. Ja, politische Lobbyarbeit, wenn wir von Verteilung von Mitteln und von Durchsetzungsfähigkeit reden, dann muss man in dem ganz konkreten Fall schon sagen, es macht einfach einen Unterschied, ob eine Rosa Liste als unser Koalition, als unser Fraktionspartner und Koalitionspartner im Rathaus ist. Das wird nicht dadurch, also der Thomas ist zum Beispiel bei uns jetzt nicht einer von 24 Stadträtinnen der Fraktion, sondern er ist einfach einer, der als Fraktionspartner und Koalitionspartner Forderungen stellen kann. Ja, also ich kann tatsächlich nicht so viel durchsetzen für die Community, wie das der Thomas kann. Jetzt muss, es ist natürlich nicht mein Job, sondern der von der Rosa Liste, da ein Angebot zu schaffen, ja, wenn der Thomas das nicht weitermacht. Aber man muss einfach sich klar machen, also das, wenn man irgendwas lernt in der Politik, ist, dass man nie was geschenkt bekommt. Also wenn es keine Lobby gibt, dann gibt es auch nichts. Es gibt auch kein Geld. Also ich musste auch bitter lernen, neu im Stadtrat, dass 5000 tolle Pläne überhaupt nichts wert sind, wenn man vergisst, das den Haushältern in den Haushalt reinzuschreiben, ja. Das war eine böse Erfahrung, die ich machen musste im ersten Jahr. Der Fehler passiert mir jetzt auch nicht mehr. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und letzten Endes geht es dann schon darum, wie ist die Community finanziell ausgestattet. Und dass wir so eine Situation, so eine luxuriöse haben in München, mit all den Zentren, die ja dann auch wieder diese Schutzräume sind, ja, das Sub, das Letz und so weiter. Das haben wir der Durchschlag oder der Lobbyarbeit im positivsten Sinne zu verdanken, die eine Organisation wie die Rosa Liste einfach in die Waagschale werfen kann. Das muss man einfach an der Stelle mal sagen. Und das kann auch nicht einfach ersetzt werden, so schön ich das auch finde. Wir haben heute ein schönes Bild gemacht mit unseren acht queeren Stadträtinnen, ja. Das ist toll, aber das ist nicht der Ersatz für eine Gruppierung, die zu den Wahlen antritt und ganz explizit und exklusiv sagt, wir treten ein für die Anliegen und für die Finanzierung der Anliegen der LGBTQ Community. Und das muss man an der Stelle einfach allen sagen, die immer das Gefühl haben, mei, sie sind jetzt eh selbst die CSU, hat schon schwule Leute und, 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 ist doch alles total nett. Also wenn das so bürgerlich sozusagen rosa gefärbt wird, aber so ist es nicht. Also ohne eine entsprechende Lobby geht da auch nichts vorwärts und kann man sich auch nicht sicher sein, dass diese Finanzierungen dauerhaft abgesichert sind. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Vielen Dank, Rippo. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt im Sozialministerium, ein Hintergrundgespräch, um diesen Maßnahmenkatalog, der erarbeitet wurde bei einer Konferenz. Für alle, die das nicht wissen, der LSVD hat im September, am 8. September, eine Fachkonferenz durchgeführt. Beppo war als Vertreter eines Sportverbands dabei, des Sportverbands des Bayerischen. Und dort wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet mit über 120 konkreten queerpolitischen Maßnahmen, die Bayern umsetzen sollte. Im besten Falle zusammengeschnürt in einem Aktionsplan, weil für uns als Verband und auch für mich persönlich vollkommen klar ist, dass wir nicht einen Aktionsplan als Label, als Papiertiger brauchen, sondern es braucht wirksame Maßnahmen. Und ob da jetzt Aktionsplan drüber steht oder nicht, das ist dann eher die zweite Frage. Aber es braucht das, was ein Inhalt in dem Aktionsplan drin sein muss. Und ja, ich bin da überhaupt nicht jemand, der sozusagen blind da in diesen Prozess hineinläuft und sagt, das wird schon alles gut werden. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube eben, dass wir noch nie so nah daran waren, tatsächlich dafür zu sorgen, dass der Freistaat Bayern Verantwortung übernimmt. Das, was wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, ist, dass allein Gesprächsangebote oder Gesprächsgesuche von Communityorganisationen an die Staatsregierung abgelehnt wurden. Also es gab im Prinzip überhaupt keine offenen Kanäle, wo man sich allein auch mal irgendwie fachlich austauschen konnte. Das ist mittlerweile an einigen Stellen möglich. Das ist auch in den Ministerien sehr unterschiedlich gehandhabt. Das Sozialministerium ist in Bayern da. In der Hauptverantwortung im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es von unserem Ministerpräsidenten hier in Bayern halt irgendwie nur so ein Statement in einem Podcast und auf der Terrasse der Deutschen Eiche. Aber es gibt nichts Verschriftlichtes. Es gibt keinen Kabinettsbeschluss. Und dementsprechend ist natürlich die Grundlage auch sehr vage, auf der dieser gesamte Erarbeitungsprozess des Aktionsplans passieren wird. Aber, und das ist, finde ich, nicht zu unterschätzen, und das ist auch die Position, die ich vertrete, ein Aktionsplan wird kommen. Es wurden jetzt zwei neue MitarbeiterInnen im Sozialministerium eingestellt, die diesen Prozess begleiten. Die Entscheidung, dass das Sozialministerium an den Bayerischen Jugendring finanzielle Ressourcen gibt, personelle Ressourcen gibt, um diesen Beteiligungsprozess über die nächsten zwei Jahre zu gestalten. Diese Entscheidung kann man kritisieren. Das tun auch durchaus wir als Verband. Aber es werden jetzt Strukturen geschaffen, damit dieser Aktionsplan in zwei Jahren im besten Falle steht. Und das ist ein großer Erfolg an der einen Stelle. Ja, also dafür habe ich jetzt irgendwie, seit ich 2017 nach München gekommen bin und nach Bayern gekommen bin, mich eingesetzt. Und viele, viele andere auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten haben genau die Basis dafür gelegt, dass wir im Jahr 2023 diesem Aktionsplan so nahe sind. Aber im Detail muss nach wie vor gekämpft werden. Und wenn ich höre, dass sozusagen auch innerhalb der Staatsregierung man sich wundert, was alles gebraucht wird, was alles in diesem Maßnahmenkatalog steht, vom Bereich Bildung über Kultur und Medien, das sind Bereiche, die fallen ganz oft herunter, gerade Kulturen, Medien, aber eben auch Strukturen, dass Strukturen geschaffen werden müssen, das wird nicht vom Himmel fallen. Für diese Strukturen muss man kämpfen, aber diese Strukturen braucht es. Nicht nur für gute Bildungsarbeit, queere Bildung, sondern eben auch für alle anderen Tätigkeitsbereiche, denn diese Strukturen gab es eben bisher nicht. Und die haben dafür gesorgt, die fehlenden Strukturen, dass auch nicht nachhaltig gearbeitet werden konnte. Das haben andere Bundesländer schon sehr viel besser hingekriegt. Und da sollte sich Bayern eben auch ein Beispiel nehmen. Könntest du mal so ein Beispiel auch nennen für so eine Struktur, genau wie es dann so im Alltag ausschauen soll, wenn sich da was verändert? Einfach mal so etwas Konkretes. Vielleicht um es ein bisschen praktisch zu machen, das SUB mit der Fachstelle STRONG bekommt immer wieder Anfragen und auch andere Verbände natürlich von Schulen, Schulleitungen, Lehrkräften, dass sie gerne in ihrem Unterricht oder an ihrer Schule zu dem Thema LSBTEQ, geschlechtliche, sexuelle, romantische Vielfalt bilden wollen. Sie wollen unterrichten, sie wollen sensibilisieren. Und ganz oft fehlt ihnen einfach die Grundlage dafür. Entweder ist es so, dass die übergeordnete Struktur, die Verwaltung, ihnen sozusagen eher so ein Stoppschild hinhält und sagt, ah, lieber nicht, ist ein schwieriges Thema. Oder es gibt keine entsprechenden Materialien. Entweder nicht die bayerischen Materialien, die irgendwie geschlechtliche, sexuelle, romantische Vielfalt gut abbilden, auf die die Lehrkräfte zurückgreifen könnten. Oder andere gute Materialien aus anderen Bundesländern sind nicht bekannt. Und deswegen steht zum Beispiel in dem Maßnahmenkatalog drin, dass es eine Landeskoordinierungsstelle braucht, eine Landeskoordination für queere Bildung in Bayern, die an verschiedenen Stellen, wo bereits solche Bildungsprojekte wie das Aufklärungsprojekt München existieren, sie auch wirklich strukturell stärkt in Arbeit abnimmt und dafür sorgt, dass tatsächlich auch flächendeckend in ganz Bayern diese queere Bildungsarbeit passieren kann, und zwar von Fachkräften in dem Bereich und nicht sozusagen von, wie es beispielsweise das Sozialministerium aktuell praktiziert, mit einem geförderten Comedy-Programm, wo irgendwie 100 Schulen pro Jahr abgedeckt werden sollen, wo dann über Homosexualität im Tierreich gesprochen wird und dann immer diese alte Erzählung kommt mit, ja, es gibt ja auch irgendwie homosexuelle Pinguine, deswegen ist Homosexualität bei Menschen auch irgendwie okay. Was ich eine verquere Logik finde, aber okay. Und diese Bildungsarbeit, diese queere Bildungsarbeit wirklich als Facharbeit zu sehen, als Expertise, als besonders relevant, und zwar für alle SchülerInnen in ganz Bayern, das finde ich ganz, ganz wichtig, denn es darf mich darüber entscheiden, in welche Schule ich gehe, ob jetzt in München, in ein Gymnasium oder irgendwo in der Tiefen Oberpfalz, ob ich in meiner Schule, in meinem Studium, insgesamt in meinem Arbeitsbereich und Umfeld mit diesem Thema konfrontiert werde, mit dem Thema, über das Thema informiert werde und da auch eine Sensibilisierung bekomme. Vielen Dank, Markus. Was vermutest du, was so diese zögernde Haltung der Regierung immer noch auslöst? Hat das was mit der Wählerschaft zu tun? Was könnte da immer noch so ein Hemmschuh sein? Also man muss sich ja nur den Koalitionsvertrag anschauen und das hat Thomas schon ganz richtig gesagt. Ich habe das auch bei der Übergabekundgebung vor der Staatskanzlei noch mal betont. Da steht eine Agenda der Vielfalt drin und die, die das sozusagen positiv auslegen, Teile der CSU-Fraktion, Teile des Sozialministeriums und irgendwie nahe Organisationen, die feiern das natürlich als Erfolg, dass da irgendwie allein das Wort Vielfalt wahrscheinlich drin steht. Für mich ist das jetzt eher eine Selbstverständlichkeit, dass man das irgendwie mitdenkt und ansonsten fehlt es aber an konkreten Maßnahmen bis auf, und das ist die konkreteste queerpolitische Maßnahme oder Position, die im Koalitionsvertrag drinsteht, nämlich, dass man das Selbstbestimmungsgesetz ablehnt. Und das ist sozusagen der Kompromiss zwischen den Koalitionsparteien gewesen, dass man sich darauf einigen kann. Und das, finde ich, ist ein Armutszeugnis, nicht nur, weil es irgendwie politisch destruktiv ist, einfach zu sagen, wir lehnen das ab, das ist unsere Position, sondern eben, dass es auch davon zeugt oder dafür spricht, dass man über dieses Label, über diese Phrasen, die man aus der CSU immer wieder jetzt hört, in den letzten Monaten und Jahren und auch aus den freien Wählern, irgendwie in Bayern sollen alle so lieben können, wie sie lieben wollen und alle sollen irgendwie so sein können, wie sie sein wollen, dass dahinter ganz oft gar nichts Konkretes steht. Also das wird gesagt, um vielleicht zu befrieden, vor allem halt die betroffenen Communities und die Vertretungsorganisationen, aber da steht kein Konzept dahinter. Und ich finde, das ist etwas, das kann man erwarten im Jahr 2023 erst recht, aber einfach auch, weil queere Menschen wirklich das Hauptziel mittlerweile sind auf der Zielscheibe von antidemokratischen Bewegungen, rechtsextremen Bewegungen, dass man auch tatsächlich hinter diesen Sätzen, wie alle sollen in Bayern so lieben können, wie sie lieben wollen und leben können, wie sie leben wollen, dass dahinter auch ein Plan steht und im besten Falle halt ein durchdachter, wirksamer Aktionsplan. Vielen Dank. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Gewalt. Viele fühlen sich jetzt so berufen, durch eben Hetze, auch von rechter Seite, da auf CSD eben auch gewalttätig aufzutreten, auch verbal gewalttätig. Wir haben jetzt relativ hohe Zahlen beim letzten CSD gehabt, von Meldungen, auch hier bei Strong. Könnte man da, das hat ja unterschiedliche Ursachen, das hat was auch zu tun, wie ist man sozialisiert, wie ist der Familienhintergrund, wie ist der gesellschaftliche Hintergrund in der Schule. Da gibt es ja keinen einzigen Grund, dass man jetzt auf solche Phrasen resoniert. Es muss ja irgendwie vorbereitet sein. Und wie könnte man jetzt da entgegenwirken, das hat ja auch was mit Bildung zu tun, sicherlich, dass das auf breiter Ebene auch bildungsferne Schichten erreicht, dass da Aufklärung stattfindet. Wir haben ja jetzt schon, du hast ja von Strukturen gesprochen, die in Schulen geschaffen werden sollen. Und dass wir auch diese Menschen erreichen, die da sehr weit weg noch sind. Ja, von denen. Das ist, ich meine, nicht, es ist ein Teil, die auch zu erreichen, ja, schuldig jetzt, natürlich, das heißt in jeder Schicht, das hat nichts damit nur zu tun. Aber, da wollte ich fragen, wie können wir die alle erreichen? Herr Spahn, die müsste auch erreicht werden. Ja, ich glaube, das unterschätzt man tatsächlich auch, dass sehr viel mehr Leute erreicht werden müssten mit Informationen und irgendwie auch eine Empathie, eine Empathiebildung, als man denkt. Es ist eine Frage, die man sich ja, die sich viele Leute schon sehr, sehr lange stellen. Ja, und ich würde immer sozusagen mit so drei Punkten argumentieren. Das eine ist Ressourcen, das habe ich schon angesprochen. Man kann nicht erwarten, dass queere Menschen, das Betroffene, einfach sozusagen in ihrer sowieso schon zum Teil prekären Lebenssituation auch noch einfach kostenlose, ehrenamtliche Bildungsarbeit die ganze Zeit, 24 Stunden, die ganze Woche irgendwie leisten. Das heißt, es muss eine Anerkennung geben, auch in Form von Strukturen, in Form von Bezahlung. Das ist in anderen Bereichen Standard. Das andere ist, dass natürlich immer auch wieder so ein Realitätscheck stattfinden muss, nämlich, dass Leuten auch deutlich gemacht werden muss, dass diese Themen, also irgendwie sexuelle oder Sexualität insgesamt, Geschlechtlichkeit, dass das etwas ist, womit wir alle irgendwie was anfangen können und dass das Abendland nicht untergeht, wenn man darüber spricht. Das ist ja jetzt hoffentlich auch irgendwie angekommen, aber dass man das eben auch mit einer wahrgenommenen Realität verknüpft und das, finde ich, geht am besten, indem man Betroffene halt einfach selber sprechen lässt und auch Communities zu Wort kommen lässt, die bisher eben da keine Stimme hatten, die bisher keine Sichtbarkeit hatten, weil deren Lebensrealitäten ganz oft auch so Barrieren durchbrechen können, wenn irgendwie klar wird, aha, eine Person, die beispielsweise eine wahrnehmbare, sichtbare Behinderung hat, die ist vielleicht tatsächlich auch nicht heterosexuell oder cisgeschlechtlich, ja, und diese intersektionale Perspektive, finde ich, kann da wirklich, wirklich sehr viele Brücken bauen und der dritte Punkt, das liegt aber daran, dass mir das auch irgendwie persönlich sehr in meinem Leben geholfen hat, Kultur- und Medienarbeit. Also einfach wirklich dafür zu sorgen, dass es eine gute Repräsentation gibt in Medien und dass auch Geschichten unterschiedlicher Art erzählt werden, ohne irgendwelche Stereotype, Vorurteile, Falschinformationen zu reproduzieren, sondern Geschichten zu erzählen, wo sogar die größten LGBTIQ-FeindInnen nicht sagen können, das finden sie jetzt blöd, dass da irgendwie gerade zwei Menschen sich offensichtlich sehr, sehr lieben oder dass eine Person gerade sehr, sehr glücklich ist, weil sie sie selbst sein kann. Du sprichst ja auch gerade die Medienarbeit an, wenn man in, zum Beispiel in Fernsehproduktionen geht, es sind ja immer mehr auch queere Menschen, schwule, lesbische, bisexuelle Menschen, trans, inter, vertreten, in Filmen, in Talkshows, aber man hat wann mal den Eindruck, dass wenn man einen Film sieht, wo ein schwuler Mann dargestellt wird, ein Transgender, dass dann immer ein ganz komisches Beigeschmack dabei ist, weil er immer in eine Rolle rückt, die immer sehr gewöhnungsbedürftig ist, habe ich das Gefühl. Es werden immer noch viele Klischees bedient, gerade auch in der Medienarbeit, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, es ist gut, es ist jemand da, aber es ist nicht so dargestellt, dass er vielleicht in der Wirkung des Dargestellten einfach in unserem Sinne arbeitet. Und das macht mich immer noch sehr traurig eigentlich. Es ist immer so etwas Exotisches damit verknüpft und noch nichts Selbstverständliches. Und da komme ich nochmal zurück auf was Beppo angesprochen hat, das Thema Sport, weil Sport ist ein sehr breiten, wirksames Mittel. Man sagt ja auch Breitensport, auch im Profisport, das sind Menschen, ja, Laiensport auch, das sind Menschen, die können jemand erreichen, die können auch Massen erreichen, so wie Schauspieler. Das sind Kultpersonen, Idole. Und da vermisse ich immer noch, es gibt ja nur ein Beispiel, den Thomas Hitzlsperger, der sich geoutet hat, sehr medienwirksam, aber auch erst nach seiner aktiven Karriere. Wir kennen eigentlich kein Beispiel, wo sich ein erfolgreicher Fußballer der ersten Liga outet, als schwuler Mann beispielsweise. Und da könnte man wahnsinnig viel machen, vielleicht mehr noch als ein schwuler Politiker, weil das sind auch die Schichten, auch gesellschaftliche Schichten, die wir erreichen müssen, was du sagst, mit Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit. Und das wäre ein unglaublicher Impuls. Warum ist das immer noch so tabuisiert, das Thema Homosexualität oder Vierness in diesem Bereich, Beppo? Also zuerst muss ich noch mal was anderes loswerden. Dein Einwand war sehr richtig vorhin, dass wir vorsichtig sein müssen mit den eigenen Klischees. Also sozusagen die Queeren sind besonders gut gebildet und so weiter. Was mich sehr erschrocken hat, ist beispielsweise die hohe Zustimmungsrate von unter 18-Jährigen, wo man eigentlich meinen würde, da wäre die Toleranz sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen worden für die AfD. Das muss man einfach, also das erschreckt mich, dass da doch ein extrem hoher Anteil an jungen Menschen sagt, wenn ich wählen dürfte oder wenn ich wähle als Erstwählerin, Erstwähler, dann wähle ich die AfD. Das kann uns nicht unberührt lassen. Das zweite ist, dass wir aufpassen müssen, du hast es so beiläufig gesagt, ich finde das aber ein gutes Beispiel, aber einen schwierigen Hintergrund, dass Leute plötzlich anfangen, wie Spahn, wie Weidel zu definieren, was eigentlich, dass das Queere so privat ist. Also völlig absurd eigentlich. Ja, ich Frau, bin mit einer Frau zusammen, aber ich bin doch nicht lesbisch und deswegen muss ich doch eine queere Politik machen. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass plötzlich Leute über unseren Kopf hinweg definieren, wann es Schluss ist mit der Gleichstellung. Darum geht es nämlich in diesem Fall. Das finde ich wirklich schwierig und da müssen wir wirklich aufpassen und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich finde, wenn man dann den Koalitionsvertrag anschaut und wie sich da eine CSU wieder zurückrudert, wir leben halt schon und da muss man immer sehen, in München sind wir wirklich auf einer Insel der Seligen, weil fairerweise muss man sagen, selbst die CSU doch zumindest bei so großen Entscheidungen einfach auch immer mit stimmt. Aber außerhalb Münchens ist es dann doch wieder in vielen Bereichen anders, dass das freie Wähler mit dem Aiwanger und die AfD einfach einen Teil der Agenda bestellen und sei es nur, dass die anderen Angst haben, sie würden noch mehr Wählerinnen verlieren im konservativen Bereich. Das ist ja schon schlimm genug, wenn man darauf spekuliert. So, jetzt zu dem Sportthema. Also erstens, der Thomas Hitzelsberger kennen uns sehr gut, ist nicht der Einzige und man kann auch in dem Fall nicht sagen, er hat das erst gemacht, als seine aktive Karriere vorbei war, vielleicht als Sportler, aber er ist jemand, der voll im Geschäft ist, er ist VfB Manager gewesen und 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 ist jetzt auch für den DFB als Botschafter da aktiv. Das Outing war danach. Genau, aber der andere Punkt ist, es gibt ja nicht nur Fußball, darf ich dir sagen, als Sportvertreter und es gibt schon inzwischen immer mehr aktive Spielende sozusagen in ihrem sportaktive Sportlerinnen und Sportler, die sich outen. Das ist vielleicht hier nicht immer die große Welle, aber in der Community wird das schon wahrgenommen. Ich warne immer ein bisschen davor, ich glaube, man muss auch sehen, wir reden hier von Leuten und das muss man dann, glaube ich, in einem gewissen Umfang respektieren, wir reden hier von Leuten, deren Beruf das ist. Das sind nicht die breiten Sportlerinnen Sportler, sondern das sind ja Leute, das ist ähnlich wie die dieselbe Schwierigkeit, die ein Vorstandsvorsitzender hat oder jemand, der einfach sagt, oute ich mich oder oute ich mich nicht. Da gibt es nach wie vor, das kann man gut oder nicht gut finden. Es gibt in vielen Unternehmen, wir haben da viele Pride-Networke und Diversity ist ein großes Thema in den Unternehmen, aber trotzdem gibt es noch viele, die einfach sagen, nee, ich möchte es nicht für meine langfristige Karriere, möchte ich mich nicht outen. So ähnlich ist es eben auch im Sport. Und ich weiß noch, ihr habt mal diese tolle Aktion gemacht bei einem CSD, wo es auch noch geschüttet hat wie die Sau, wo wir da auf dem Rathausbalkon waren und dann in die Menge geschrien haben, schwule Sportler, outet euch. Das war natürlich so erfolgreich wie, keine Ahnung, Sonnenblumen im Januar. Aber ich empfinde, also ich kann nur sagen, im Sportbereich wird sehr viel gemacht, um Toleranz zu fördern. Und zumindest jetzt mal in dieser Verbandswelt, ich kann das nur mal in meinem Beispiel sagen, ich bin jetzt vor 20 Jahren tatsächlich ziemlich genau das erste Mal in den Sportbeirat gewählt worden und habe mich da auch bei der Kandidatur geoutet, was mir nicht leicht gefallen ist. Und ich habe in diesen 20 Jahren nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise ein blödes Wort gehört, so ein Gezischel oder sonst irgendwas. Ich wurde auch nicht an den Katzentisch gesetzt in diesem Gremium, wie ich befürchtet hatte, sondern ich wurde sofort irgendwie gleich Vorstand, bla bla bla. Also ich will nur sagen, auch da ist es, ich hatte eine andere Erwartung, deshalb bin ich selber von diesem Klischee, musste ich mich da lösen. Und ich erlebe schon, dass im Sportbereich, das ist meiner Meinung nicht so wahnsinnig viel konservativer oder zurückhaltender als in anderen Bereichen. Bielen fällt es vielleicht doch noch schwer, aber ich glaube, ich kann nur sagen, da tut sich sehr viel und wir haben ja hier auch Sportvereine, die sehr aktiv sind und die auch sehr groß sind. Ich meine, Team München hat tausend Leute, die Isarhechte sind praktisch auch eine Größe und und und. Da haben wir ja noch mehrere, Bushido war beispielsweise so ganz am Anfang dabei, also da passiert schon sehr viel und die Community-Vereine sind da auch wirklich extrem anerkannt und werden natürlich auch wie alle anderen von der Stadt gefördert. Also so schlimm ist es in diesem Sportbereich gar nicht, was dieses Thema Outing angeht, aber es ist auch nochmal dieser besondere Zusammenhalt, was ein großes Thema ist, was uns natürlich beschäftigt, was viele Vereine da vor große Herausforderungen stellen, ist einfach das Thema Trans im Sport, das muss man einfach sagen, das ist dann nochmal eine Spur schwieriger, das zu organisieren, aber auch da gibt es schon Bemühungen, wie man das lösen kann. Aber wie gesagt, ich will nur ein bisschen weg davon, dass wir sagen, ja der Sport ist so die letzte Welt, wo nur so irgendwie Hetero-Cis-Leute irgendwie regieren, ganz so ist es nicht, aber ich sehe schon, dass da noch einiges zu tun gibt tatsächlich. Dankeschön. Der große Unterschied ist doch, glaube ich, wenn es ums Geld geht. Ich meine, wenn wir von Fußball reden, dann meinen wir den Profifußball, wo viel Geld verdient werden muss anscheinend und wo man sich da nicht traut, also wo es wirklich mit dazu gehört. Ich finde es ja wirklich frustrierend, trotz aller Fortschritte, weil es auch im gewissen Sinne ein Gradmesser ist, wie weit wir sind. Und deine Frage war ja auf Vorbilder, also dass wir sagten, na klar, das ist doch inzwischen kein Problem, da ist der und da ist der und da ist die und so. Selbst in der Politik, wenn du in den Bundestag schaust, ich meine, wie viele Transmenschen gibt es zwei, ja, und die auch ganz schön was abkriegen, also da sieht man schon, dass noch ganz schön viel zu tun ist und zwar wirklich, das war wirklich ein guter Einwand vorhin, in allen Schichten. Ich meine, wenn man sich gerade die Diskriminierung von Menschen mit HIV anschaut, dann kommt die hauptsächlich aus dem medizinischen Bereich, selbst von Anwälten und Notaren, ja, also wo man eigentlich erwarten würde, also die müssten es doch eigentlich wissen, aber das ist eben nicht der Fall. Und ich glaube auch, was vorhin das Thema mit Schulen, ich muss ja manchmal innerlich lachen, weil ich denke mir, mei, das haben wir schon Ende der 80er gefordert, dass die Lehrpläne endlich der Realität angepasst und die Vielfalt und so weiter, und heute reden wir wieder drüber, das ist machen wir natürlich schon, und da haben auch schon Menschen gesagt, ja klar, ist ganz wichtig, muss man überlegen und mal schauen und die Schulbücher und so, und sind eben nicht so viel weiter. Also es gibt wirklich eben diese gleichzeitigen, diese Verschiebungen, ja, wo man dann auf der einen Seite stolz sagen kann, wir haben unwahrscheinlich viel, und auf der anderen macht es halt deutlich, da ist noch ganz schön viel zu tun, ja, und da braucht es halt auch den Mut von Einzelnen, das lässt sich nicht abstreiten, ja, das halt wirklich neben dem, dass ich es wichtig finde, Community ist wichtig, Organisation ist wichtig, ja, ich habe früher immer gesagt, was irgendein Schwuler in Milbertshofen denkt, das kann ich ja nicht wissen, aber was eben sub-diskutiert wird bei Rosa Liste am Szene-Stammtisch und so weiter, und das ist ja auch wichtig, um das weiterzutragen, weil ich meine, ich hatte nie die Vorstellung, ich liege zu Hause auf der Couch und überlege mir mal ein paar Schwul-Lesbisch-Transt-Themen oder so, sondern halt als Repräsentant einer Community Sachen weiterzutragen, und das bräuchte man halt überall, und ich sage halt, wenn es dem Freistaat ernst wäre, ich meine, Best Praxis gibt es in München und auch in anderen Orten der Republik, wo man schauen kann, okay, schafft wie die Koordinierungsstelle so eine Einheit, ja, es gibt vieles, was hier in Schulen schon längst, längst läuft über Aufklärungsprojekt, Diversity School und so weiter, da kann man sich doch überall Vorbilder, muss man sich nicht neu erfinden, aber sie wollen es ja gern neu erfinden und am besten ohne Zeitplan, und das ist eben das, was ich meine, da muss man wirklich wahnsinnig aufpassen, dass man da nicht instrumentalisiert wird, ja, und dass man auch nicht, das ist ja manchmal so ein bisschen die Sorge, so wenn ich sozusagen auf die Gesamt-Community schaue, dass man sich nichts vormachen lässt, ne, dass man nicht den Eindruck hat, mei, was wollen wir eigentlich noch, ich meine, haben wir eigentlich alles erreicht, ich kann jetzt heiraten und ich kann gemeinsam eine Wohnung mieten und in der Arbeit geht es eigentlich auch ganz gut und so, ne, darauf darf man sich nicht ausruhen, ne, ich meine, ich habe früher immer gesagt, mei, ich muss kein Klappengänger sein, um für die Freiheit einer Klappe zu, mich einzusetzen, was in München mal sehr, sehr schwierige Zeiten waren, ja, und genauso ist es eben heute auch, dass man sagt, gut, ich habe eine schwule Perspektive, aber mir war schon immer wichtig, dass wir auch schwul-lesbische, wir haben ja schon in den 80ern mit angefangen und trans seit 2000 vielleicht, ja, und das ist halt wichtig, dass wir uns erstmal gegenseitig verstehen und dass es halt immer einzelne Menschen gibt, die vorangehen, also das brauchen wir wirklich, ich glaube, das war es so vorhin auch mit Medien, ja, also ich meine, na klar ist jeder mit Büchern groß geworden, wo das ein wichtiges Thema ist und mit Filmen und ich glaube auch heute, manchmal nervt es mich, es muss jetzt irgendwie immer was Queeres irgendwie vorkommen, aber ob es realistisch ist, ja, und ob es weg ist aus dieser Exoten-Ecke, ist eine ganz andere Frage, also wir sterben nicht mehr immer am Ende, wie es irgendwie bis zum 3000-Wechsel wahrscheinlich in allen Filmen war, aber ob wir wirklich gut repräsentiert sind und wenn man genau hinschaut, glaube ich, also so gut repräsentiert in der ganzen Breite der Community sind wir dann doch am Ende überhaupt nicht, ja. Auch hier, wenn man sich das nochmal so anschaut, auch vom demografischen Wandel her, wir haben ja auch viele ältere Menschen in der Szene, in der Community, die sich manchmal auch gar nicht mehr so mitgenommen fühlen, auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, diese Entwicklung, was kann man denn denen sagen, was machen wir für die oder was wollen wir für die machen, dass die auch nach wie vor da den geschützten Raum haben, dass sie auch Perspektiven haben, noch in höherem Alter auch akzeptiert zu werden? Aber erstens machen die schon für sich selber, also das finde ich ja auch wichtig, ja. Und dann, dass man einfach weiß, was wollen die eigentlich, ja. Und ich finde, München ist da auch ein gutes Beispiel. Ich meine, die KGL 2002 gegründet, 2004, glaube ich, war die erste große Studie München unter dem Regenbogen, wo es auch ganz stark um, was habt ihr denn für Erwartungen im Alter? Natürlich will ich offen leben, aber mit anderen zusammen, möglichst eigenständig und so weiter. Da hatten wir ja dann wirklich praktisch bis jetzt 20 Jahre in der Debatte, wie können wir das umsetzen? Und vor zehn Jahren kam dann endlich dieser Herzog-Ernst-Platz, also als Möglichkeit, wo es auch nochmal zehn Jahre gedauert hat, bis man das jetzt letztendlich umsetzt, also Münchens Stiftung und Münchner Aidshilfe. Und das sind eben so Dinge, ich meine, dass man wirklich erstmal Bedarf und Bedürfnisse abfragen kann, ja. Da braucht es auch eine Struktur und dann muss man halt durch lange Prozesse versuchen, das wirklich umzusetzen. Und da gehört natürlich dazu, dass Ältere sich auch organisieren, also dass wir sowas wie Alten- und Servicezentren natürlich offen auch für queere Menschen, aber auch eigene Freiräume haben. Und also das haben wir auf jeden Fall im Blick, ja. Nur es ist halt immer wieder ein Münchner Blick. Also ich meine, wie es dann irgendwie einem älteren Schwulen oder einer älteren Lesben in Bad Tölz geht, keine Ahnung, ja. Also da wird es dann halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich war ja immer so ein Verfechter, wir brauchen eigene Projekte und müssen trotzdem die bestehende Infrastruktur zwingen, sozusagen sich zu öffnen. Und das finde ich auch ganz gut bei dem alten Ding, dass man sagt, okay, die Alten- und Servicezentren, die müssen geschult sein und müssen offen sein. Wir müssen überall hingehen können, wo andere auch hingehen. Und trotzdem brauchen wir auch eigene, geschützte Räume und Projekte und extra Angebote. Das muss sich eben gut ergänzen. Und das gilt überall, ob es jetzt um Jugend geht mit Jugendzentren oder eben um die Alten. Da gibt es nicht so viele Unterschiede. Dieses München-Stift ist ja ein sehr positives Beispiel, weil viele HIV-positive ältere Menschen haben große Probleme, einen Heimplatz auch zu finden, weil da immer noch große Ängste vorherrschen. Auch beim Pflegepersonal, da geht es auch wieder um Aufklärung, um Schulungen. Und ich würde gerne, Markus, dich gegen Ende jetzt fragen, alle natürlich, aber insbesondere an dich. Was ist denn unsere oder deine Vision von einer zukünftigen Community in 10, 20, 30 Jahren? Ist da dieses Trennende, spielt es da noch eine Rolle, dass wir verschiedene Institutionen brauchen, dass wir noch so eine Szene brauchen, die da auf uns eingeht, wo wir diese geschützten Räume haben, die Beppo vorher auch angesprochen hat, richtigerweise? Oder ist da alles, wird man da einfach als Mensch gesehen und geachtet, ohne was mache ich jetzt so sexuell oder wie sehe ich aus, sondern geht es da einfach darum, wer wir sind, unser Sein? So in 30 Jahren, was meinst du? Bist du da optimistisch? Wow. Das ist wirklich eine große Frage. Wie lange haben wir jetzt Zeit? Okay, ich versuche mich auf ein paar Punkte zu konzentrieren, die ich wichtig finde. Erstens, Generationen, es braucht Vertrauen und Beteiligung von allen Generationen in alle Richtungen, weil, und das fand ich bei der Aktionsplankonferenz, die wir im September hatten, so bewegend, das hat mich auch wirklich bewegt, als ich dann vor den Anwesenden stand, dass dort wirklich eine große Diversität der Community in Bayern auch sichtbar wurde. Und das war das, was mir auch viele Leute dann zurückgespiegelt haben, dass sie das toll fanden, mal wieder, vielleicht seit langer Zeit, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen mit Leuten, die in sehr unterschiedlichen Bereichen arbeiten, sehr unterschiedliche Biografien haben, in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen sind und man arbeitet gemeinsam an einem Ziel. Und das ist so das, was mir so ein bisschen fehlt. Ich würde natürlich sagen, dass wir als Community, wie auch immer man das definiert, eine gemeinsame Geschichte haben. Und aus dieser Geschichte sollte man lernen und die sollte man respektieren und auch die Erinnerungen daran lebendig halten und auch Konsequenzen daraus ziehen. Aber mir fehlt sozusagen die gemeinsame Zukunftsvision. Und diese gemeinsame Zukunftsvision, die sehe ich an vielen Stellen bereits in Ansätzen heute. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel angeschaut habe, wie divers, wie interessant und auch empowernd das ist, rund um, oder gewesen ist, rund um die Drag Race-Staffel, die neue Drag Race Germany, das erste Mal, dass Drag Race in Deutschland auch ein entsprechendes Format bekommt. Ich war zweimal bei Public Viewings hier in München und da war eine so diverse Community an Leuten und die hat sich gar nicht so sehr überschnitten, und das fand ich sehr schade, mit der politisch aktiven, aktivistischen, organisierten Community im Bubble, in der ich mich da so auch bewege. Und das fand ich sehr schade, weil diese Perspektiven auch von so vielen Korean People of Color, die gehen halt ganz, ganz oft strukturell unter. Und das ist vielleicht eine Zukunftsvision, die ich hätte oder etwas, das mir da wichtig ist, dass eben tatsächlich eine Zukunft der Community eine sehr viel diversere ist, dass sehr, sehr viel mehr Perspektiven auch wirklich nicht nur optional beteiligt sind, sondern tatsächlich verankert einen Platz am Tisch haben. Und dass es eben auch tatsächlich entsprechende Rahmenbedingungen gibt, die die Politik schafft, die Verwaltungen, Kommunen schaffen können, aber die auch die gesamte Gesellschaft schafft, damit man die Gleichzeitigkeit aushält. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir sind eine Gesamtgesellschaft, die sollte zusammenhalten, aber es gleichzeitig auch aushält, dass es natürlich Gruppen gibt, die von bestimmten Dingen anders betroffen sind als andere. Und für mich schließt sich das nicht aus. Und das ist, finde ich, das ist etwas, ein Ziel für die Zukunft, auf das ich da gerne hinarbeiten will und wo ich glaube, dass es wichtig ist, auch möglichst alle Organisationen, die in der Vergangenheit die Grundsteine gelegt haben, damit wir jetzt an bestimmten Punkten sind, wo wir sind und zukünftig sein wollen, auch tatsächlich nicht als Vergangenheit zu betrachten, sondern als tatsächlich eine Basis, auf der man bauen kann. Vielen Dank. Also du sprichst auch die intersektionalen Tendenzen an, wo mehr Inklusion erforderlich ist. Wunderbar. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für euer Kommen, für eure Beiträge, eure Antworten. Wir hoffen, dass diese Vision von Markus Wirklichkeit wird, eher zeitiger als später. Und ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, für Sie, für euch war die Diskussion auch interessant, so wie für mich. Und natürlich schöne Feiertage und eine gute Zeit. Und wir kämpfen einfach weiter für eine diskriminierungsfrei und wertfreie Welt. Danke. Danke euch, ja, sehr gerne. Danke. 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 Danke.